Es ist plötzlich weg. Es ist wirklich weg? Ja. Weisst du, warum hat Jesus das weggenommen? Weil er dich ganz fest geliebt. Wir dürfen gerne etwas auslesen. Die darfst du auch mitnehmen. Ja, die darfst du auch mitnehmen. QR Code auf Spotify. Schon gut, ja. Wenn du jetzt etwas von Gott wünschst, was willst du dir wünschen? Mehr Frieden. Er hat ja alle Sünde in Jesus verurteilt. Wenn du Jesus aufnimmst, hast du Frieden im Herzen. Dann kannst du manchmal auch mitten im Sturm Frieden haben. Hat jemand noch Schmerzen von euch? Weisst du, mit dem Ohren, dem Rücken oder so? Ich habe ihn schnaufen. Ich habe gerade jetzt ein bisschen da. Von 0 bis 10. Ja. 4. Ja, bringen wir weg. Dann kannst du gleich mitmachen. Ist gut. 2, 3. In Jesu Namen der Schmerz muss weg. Jetzt kannst du mal checken. Mal ein bisschen bewegen. Mal schauen, wie viel es jetzt ist. Es ist wirklich weg. Es ist wirklich weg, ja. Halleluja. Weisst du, warum hat Jesus das weggenommen? Weil er dich ganz fest geliebt. Ja, sehr gerne. Es geht nur darum, dass wir da ergreifen, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wenn wir sagen, vergib mir alle Sünden. Dann kannst du die Sünden weg. Bist du vollkommen, wie Gott. Kann man beziehen kann mit Gott. Es sind mega wertvoll in ihr vier. Und Jesus hat einen wunderbaren Plan mit jedem von euch. Kann man mit ihnen ein Foto machen? Ja. Und alle Schwarze? Ich will auch. Nur rief. Danke. Okay, sehr gerne. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020